Aber er hatte halt einen Traum, sozusagen, und wollte diesen Traum durchsetzen und ihn zur Realität werden lassen. Heute lernten sie, Hitler war nur ein Träumer. Tino, jetzt hatten wir so ein schönes Intro, jetzt müssen wir es nochmal machen. Tino, du kennst dich doch mit Nazis aus, oder? Oder? Geht's da heute drum? Heute geht's um den Narzissmus, oder? Ach, Mist, das hab ich jetzt auch Donnerlüdchen aber auch, da hab ich das jetzt verwechselt. Was hast du jetzt aufgeschrieben? Ich hab hier, ach ja, doch hier, jetzt seh's, oh stimmt, ein R und mehrere S's und oh shit. Ich dachte, du könntest heute mal wieder ausnahmsweise über Nazis reden. Nee, wir reden heute über Nazis. Okay, aber man kann ja sagen, vielleicht überschneidet sich das bei manchen Leuten. War Hitler ein Narzisst? Das ist eine sehr steile, eine sehr steile These. War Hitler ein Narzisst? Hm. Was war aber noch alles? Aber, bevor wir deeper auf dieses Thema eingehen, muss ich mich zunächst entschuldigen. Bei Benedikt, der sich diesen Hörerwunsch schon vor fast einem Monat gewünscht hat. Und am Anfang, ich weiß nicht, wir haben den nicht sofort aufgenommen, oder wollten es auch nicht sofort, weil wir halt was anderes gemacht haben. Und, ähm, dann, eine Woche danach, wollten wir ihn aufnehmen und dann hat aber meine Mutter spontan irgendwie gesagt, hier, ich muss, ich weiß nicht, was das war, dann musste ich ganz dringend zum Bus, da konnten wir es da nicht aufnehmen. Dann hattest du Internetprobleme, dann hatten wir Anwaltprobleme, ja, also es war immer irgendwas. Und jetzt ist Benedikt der Gearschte, es tut mir sehr, sehr leid, Benedikt, das war keine Absicht, es war kein gezieltes Mobbing, aber ich war so sehr mit mir selbst beschäftigt, weil ich so narzisstisch bin, dass das leider jetzt, äh, ganz schön aufgeschoben wurde. Das soll nicht nochmal vorkommen, es tut mir leid, Benedikt, ganz geiler Typ, Benedikt, bester Mensch der Welt. Nein, siehst du mir so, aktuell ist es doch sowieso so, dass Lieferungen ewig brauchen, auch bei Amazon und überall anders, musst du eh überall länger warten, das ist auch im Podcast nicht anders. Ja, also es war halt echt, du hast ja bis jetzt auch noch Internetprobleme, hast du gesagt, ne, deswegen mussten wir gerade das Intro vielleicht auch mal neu machen. Es ist so schrecklich. Ich habe auch gemessen gestern, äh, mein Internet ist so schlecht und das auch und es ist so furchtbar, es hängt ständig und, ähm, dann fällt es ganz aus, ich muss den Router neu starten und es ist einfach ganz, ganz schrecklich. Du bist ja jetzt auch schon für mehrere Podcasts irgendwie extra zu deinem Bruder oder zu anderen Leuten gegangen, um überhaupt aufnehmen zu können. Ja, genau, aber jetzt bin ich zu Hause und eigentlich muss alles funktionieren und für einen Podcast reicht's, glaube ich, für einen Podcast reicht's aus. Für Benedikt reicht's, ja, sagst du, assi. Live aus dem Schützengraben mit seiner Wehrmachtsleitung Tino Ranacher und Romenos Rafu im Brennpunkt-Hörerwunsch zum Thema Narzissmus und ich finde es ein sehr schönes Thema, aber es ist ein Thema, bei dem wir wahrscheinlich auch um meine Lieblingspersonen der letzten, ich würde, des letzten Jahres, würde ich sagen, nicht drum rum kommen. Wer könnte das denn sein? Fällt dir ein Narzisst ein, Tino, der irgendwie gerade in den Nachrichten relevant sein könnte? Mir fällt ein Narzisst ein, aber den darf man nicht hier erwähnen. Ähm, ansonsten, du meinst bestimmt Donald Trump. Ja! Aber erst mal ganz wohl vormitt. Was ist denn eigentlich Narzissmus? Geht das eigentlich hier um eine Blume? Die Narzisse? Die Narzisse? Nein, also vielleicht, ja, die hat er bestimmt auch irgendwie übertragen, was mit zu tun, aber geht es nicht ursprünglich um, und das habe ich jetzt nicht, er Wikipedia hat, ich habe hier den Narzissmus offen, ach doch, da am Rand ist sogar so ein Gemälde. Narziss, das war doch dieser Typ, der ins Wasser geschaut hat und sich selbst ganz geil fand. Das wusste ich jetzt aber auch nicht. Das wusstest du nicht, wir hatten das mal in Latein und ich glaube auch in Geschichte, ich weiß es nicht genau. Ja, ist halt auch so eine, so eine, warte mal, achso, nee, das Gemälde ist von 1500 und, nee, das ist so eine alte griechische Mythologie, die haben sich doch alles, alle Charaktereigenschaften, es gibt doch für jeden, für jede Charaktereigenschaft irgendeine griechische Sage. Danke, so auch Narziss, der, und da gibt es glaube ich verschiedene Varianten, der sich selbst so geil fand, dass er sich in sein Spiegelbild reinverliebt hat und dann irgendwie so nah ans Wasser ist, dass er dran ertrunken ist. So, oh, das ist dann wieder so. Der Narzissmus wurde, ja, das ist dann wieder so eine Metapher, würde ich sagen. Ah ja, okay, wurde quasi erfunden im 15. Jahrhundert. Nee, das Bild ist von der Zeit, deswegen war ich jetzt auch gerade verwirrt. Und die, die Sage ist natürlich viel älter. Ja, aber das ist ja auch völlig egal. Man kann es so ein bisschen runterbrechen, man kann es so ein bisschen runterbrechen darauf, dass Narzissmus eine gewisse Selbstverliebtheit beinhaltet. Das heißt, wenn du dich selbst liebst, also zu sehr liebst und verliebt bist und dich immer äußern, also dich immer präsentieren musst und so weiter, dann bist du etwas narzisstisch veranlagt. Ja, also ich würde sagen, das, was wir einen Narzissen nennen, würde ich schon sagen, krankhafte Selbstliebe vielleicht. Genau, krankhaft, das trifft es, ja. Weil bis zu einem gewissen Punkt ist sicher jeder irgendwie ein bisschen narzisstisch oder hoffentlich, würde ich fast sagen. Denn erstmal sich selbst ganz gut finden, da ist ja jetzt nicht so viel Schlechtes dran. Na, aber sich selbst gut finden ist ja noch nicht Narzissmus. Narzissmus ist ja echt erst, wenn es krankhaft wird oder wenn es Maße annimmt, die nicht mehr gut sind. Okay, aber jetzt pass mal auf, ja. Wenn das mit dem Narzissmus so ein Spektrum ist, wie deine ganzen Theaterfreunde mit ihren Geschlechtern, ja, und man dann ganz, ganz am Anfang auf diesem Spektrum ist, dann ist das doch noch guter Narzissmus oder nicht? Naja, aber wenn man das so definiert, dass es krankhaft ist, dann muss das ja erst eine gewisse Grenze überschreiten. Und wenn es darunter ist, ist es halt noch kein Narzissmus, sondern dann ist es einfach eine Selbstliebe oder ein Selbstbewusstsein. Okay. So würde ich es eher sehen. Ab welchem Punkt auf dem Genderspektrum ist das krankhaft? Ich würde sagen, so ab 10.000 Instagram-Followern wirst du automatisch zum Narzissten. Okay. So würde ich es jetzt ganz klar festlegen. Es trifft auf alle Menschen zu und ist ja eigentlich eine gute Grenze. Na, dann haben wir ja geklärt, ob Hitler ein Narzisst war. Der hatte keine 10.000 Instagram-Follower. Der Loser, Alter. Der hatte Millionen-Follower, aber nicht auf Instagram. Oh, shit. Insestagram. Ja, gut. Der war ein Narziss, wie gesagt. Es gibt den Narzissmus und den Narzissmus. Und wie weit das fernliegt voneinander, das wollen wir ja heute klären so ein bisschen. Ja. Vielleicht. Ich habe im Vorfeld mir einen Text, nicht einen Text, einen Test rausgesucht. Aha. Und habe den gemacht. Denn vielleicht erst mal im Vorderrein, würdest du von dir selbst sagen, dass du narzisstisch bist? Ich glaube nicht. Aber ich habe mich natürlich auch viel belesen und kenne den Begriff auch aus meinem Studium. Ich bin ja quasi Psychologe, Pädagoge. Und man macht sich nicht ganz frei davon. Also viele Dinge, die einen Narzissen ausmachen, sind, auch wie du schon gesagt hast, zum Teil auch, können auch gesund sein. Ja, so eine gewisse Selbstliebe und dass man ja auch Komplimente gibt und so ein bisschen eine Anziehungskraft versprüht. Und das ist ja, das trägt ja jeder so ein bisschen in sich. Aber ich würde nicht von mir sagen, dass es bei mir eine krankhafte Ausprägung ist. Ja, also ich habe eine Vermutung für mich gehabt und es wurde schon so halbwegs bestätigt bei diesem Test. Nicht, dass ich jetzt diesem Test absolute Aussagekraft beimesse, ne? So nicht. Aber also ich würde schon sagen, dass ich durchaus narzisstisch veranlagt bin, weil ich es auch ein Stück weit zu meiner, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber ich habe ja an irgendeinem Punkt habe ich so ein bisschen, vielleicht habe ich mich auch gar nicht entschieden und es ist einfach organisch passiert, so ein bisschen dieses Ironische. Also ich bin der Geilste, so oder weißt du, ich mache ja eh die besten Videos und so, aber ich fühle es halt auch, also es ist zum einen natürlich irgendwie so eine spaßige Selbstüberschätzung, aber zum anderen ist es halt auch nicht nur spaßig. Also es ist ja ein Fakt, dass ich zum Beispiel meine eigenen Videos sehr, sehr gerne anschaue und das wird wahrscheinlich nicht unbedingt jeder tun oder nicht so sehr wie ich. Aber trotzdem ist es halt jetzt, also da ist schon auch irgendwie ein Augenzwinker noch dabei, so. Und da kann ich gerne ein bisschen mithalten. Ich bin ja, wenn wir von Narzissten sprechen, kann man ja auch sagen, dass mein großes musikalisches Vorbild, Falco, ja auch Narzissmus vorausgesagt wird. Und der sagte mal, als er auch darauf angesprochen worden ist, warum er seine eigene Musik gut findet, weil er auch immer sagt, er hört die auch privat gerne, hat er immer gesagt, ich mache ja auch keine Musik, die mir selber nicht gefällt. Und so ist es ja bei dir wahrscheinlich ähnlich. Ja, ist ja voll logisch, weil du machst ja auch, wenn du Essen machst, machst du dir auch kein Essen, was dir nicht schmeckt so. Also es ist ja nur sinnvoll. Das einzige Ding bei Musik ist halt, also ich höre meine eigenen Songs auch gerne, aber nicht, also ich höre die dann immer, auf jeden Fall immer im Zusammenhang mit dem Video. Ich habe noch nie einen Song von mir ohne Video gehört. Und ja, es ist halt einfach, also ich schaue mir das dann halt nicht wegen der Musik irgendwie an, so. Also das ist ja eben, für mich ist ja das Textschreiben eh das Einzige, was wirklich relevant ist und nicht wirklich die Musik so. Und es ist dann nicht so, oh, jetzt höre ich mir diesen Song mal an, so. Also weißt du, wie ich es meine? Es ist schon mehr so, mehr aufs Video fokussiert. Ja, das kann ich nachvollziehen. Vielleicht kann ich da, ich kann, meine Musik ist halt einfach nicht gut genug, um sie so zu hören, aber wenn, wenn ich richtige Banger Musik machen würde, würde ich die wahrscheinlich auch selber gerne hören. Aber, wenn du das Lied selber gemacht hast, dann überhörst du es ja auch schneller, weil alleine im Erstellprozess hast du es ja dann schon hundertmal gehört quasi. Ich kann das bei mir nicht so ganz festmachen, wenn ich jetzt einen Film spiele oder mir eine Aufzeichnung von einem Theaterstück von mir anschaue, da muss ich sagen, da gefalle ich mir gar nicht so sehr. Ich kann mich inzwischen im Podcast gut hören, das war ja auch anfangs so ein Problem von mir, dass ich unsere Podcasts nicht gerne nachgehört habe. Das tue ich inzwischen schon noch gelegentlich, dass ich einmal durchhöre oder zumindest gewisse Szenen nochmal nachhöre. Aber mir geht es immer noch so, dass ich Filme von mir und Szenen nicht gerne angucken kann. Und für mich sind so Filmpremieren immer die Hölle, weil ich dann mein eigenes Gesicht ganz groß sehe und meine Stimme ganz laut im Kino höre. Und da weiß ich nicht, ob das Narzissten anders geht. Also ich kenne Kollegen und Kolleginnen, die sich schon gerne selber sehen. Und die dann sogar ihren ganzen Freunden ihre Filme präsentieren und dann sich ein drauf runterholen. Und das mache ich halt irgendwie nicht. Also ich teile vielleicht, wenn ich im Fernsehen laufe oder ein Film irgendwo gelaufen ist. Aber ich kann mich nicht hinsetzen mit Freunden und meinen eigenen Film angucken, wo ich mitgespielt habe. Das ist mir nix. Da schäme ich mich irgendwie. Ich habe mich gerade versucht, da so rein zu versetzen, aber mein erster Impuls war, ja, das würde ich vermutlich auch nicht machen. Aber dann habe ich gleich festgestellt, na gut, aber das wäre wohl. Und jetzt kommt eine softe Beleidigung in deine Richtung vielleicht. Mein Gedanke war halt gleich, okay, wenn ich aber in so einem typisch deutschen Film mitspielen würde, fände ich den halt selber wahrscheinlich nicht geil. Weißt du wie? Der Film an sich ist ja meistens toll, wo ich mitspiele. Also ich suche mir schon Projekte aus, die mir gefallen. Aber wenn ich dann komme, wenn ich dann mein Gesicht sehe und meine Stimme höre, dann sag ich so im Sitz ein und schäme mich vor allen Leuten. Okay, das habe ich halt echt gar nicht. Also ich sehe auch gerne, wie andere meine Videos zum ersten Mal sehen und so. Also da bin ich dann wahrscheinlich sehr krass narzisstisch. Als ich neulich mal irgendwie so einen Typen geradet habe auf Twitch, hat er halt dann ein Video angefangen von mir. Hat nicht gerafft, dass das so ein Filmzusammenschnitt ist, den ich immer am Ende des Jahres mache. Heißt 90 Minuten. Ich habe dem halt 90 Minuten dabei zugeguckt, wie er mein eigenes Video schaut. Ja. Ja, also da habe ich nicht so das Problem damit. Aber das ist halt auch, ich glaube, da kommt auch noch hinzu, dass es halt keine ernsten Sachen sind. Weißt du, wie ich es meine? Also wenn ich so einen ernsten Film machen würde, fände ich das wieder nicht so geil, weil ich will ja eher die Leute irgendwie lachen sehen. Aber wenn ich so, ich hasse das halt, sich so zu ernst zu nehmen. Und wenn ich dann, oh ja, guck doch mal, wie ich jetzt hier irgendwie eckte und so, dann kann ich das eher nachvollziehen, dass das halt nicht so geil ist. Ja, wenn so eine gewisse Ironie auch mitschwingt, auch in dem, was du da gerade getan hast, dann geht es mir auch anders. Ich meine, ich war ja auch in ein, zwei Videos von dir mit dabei für kurze Auftritte und da habe ich mich weniger geschämt. Das fand ich wieder witzig, weil ja so ein gewisser Fremdscham auch Konzept des Ganzen ist. Genau. In dem Fall. Ja, großartig. Also haben wir das ein bisschen geklärt, aber also es gibt auch ein, zwei negative Punkte, die in dem Test drin standen, die mir halt, wo man nicht so aktiv drüber nachdenkt, ne? Die mir dann auch aufgefallen sind, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht auch nochmal andere berühmte Narzissten. Silvio Berlusconi zum Beispiel wird hier angeführt. Ja, das ist doch der, der irgendwie alle weggebumst, der hat doch halb Italien weggebumst, ne? War das nicht der? Ja, kann man so sagen. Also man glaubt oftmals, es seien Narzissten, wenn man merkt, dass sie in der Position nicht aufgrund der Positionen sind, weil sie das machen wollen, sondern weil sie gerne im Rampenlicht stehen. Das ist auch nochmal so ein Fakt, der auf Narzissten oftmals zutrifft. Sie sind gar nicht so sehr dabei wie jetzt bei Berlusconi. Er will gar nicht unbedingt jetzt der Präsident sein oder was auch immer er gewesen ist. Ihm geht es vielmehr darum, eine bedeutende Figur zu sein und mit vielen Frauen Bunga Bunga zu machen. Das war eher so seine Motivation, glaube ich. Dann haben wir hier noch Kaiser Wilhelm II. Auch der hat Bunga Bunga gemacht, bestimmt. Ja, Coco Chanel haben wir hier. Das ist, glaube ich, die einzige Frau, die hier aufgeführt ist. Salvador Dalí, Oscar Wilde. Wenn wir jetzt von Hitler sprechen, ich habe ja auch seine Biografie gelesen und mich befasst mit dieser Person. Und ich weiß nicht, ob Hitler jetzt der typische Narzisst gewesen ist. Ich glaube nämlich auch, dass er eine höhere Motivation hatte. Und er soll ja auch Schauspielunterricht genommen haben und hat ja auch an sich gearbeitet, damit er eben rüberkommt. Also er hatte seine Inhalte zuerst, was er durchdringen wollte. Es waren keine guten Inhalte, keine Frage. Aber er hatte halt einen Traum sozusagen und wollte diesen Traum durchsetzen und ihn zur Realität werden lassen. Heute lernten sie, Hitler war nur ein großer Träumer. Ein großer Träumer. Und er hat dann an sich gearbeitet und sich quasi narzisstische Züge drauf geschafft, um Erfolg zu haben. Ich glaube, das war bei ihm eher so rum. Also so wie ich. Mit einem kleinen Augenzwinkern eine kleine Selbstüberschätzung. Ja, Augenzwinkern bei Hitler weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber so tendenziell sehe ich ihn jetzt nicht als Narzissten per se an. Ich glaube, er hat halt die Rolle gut ausgefühlt, die er hat als Diktator. Das ist auch gut. Da sagst du für die Geschichtsbücher. Ich glaube, er hat es eher ausfüllen müssen und wollen und konnte es auch sehr gut. Also ich will nicht sagen, Hitler war jetzt irgendwie gegen seinen Willen Diktator, sondern ich sage einfach nur, dass er das mitgespielt hat. Also wenn es nach deiner Rampenlichtdefinition geht, ist es auf jeden Fall richtig, dass er halt also wahrscheinlich das nicht gemacht hat, um irgendwie im Rampenlicht zu stehen. Sondern dass er, ich weiß nicht, ob er wirklich, das ist halt so eine Frage, ich habe jetzt keine Biografie gelesen und weißt du, Tino, ich bin halt auch, ich gebe diesen Nazis halt auch keine Bühne, so wie du, ja. Nein, aber die Frage ist. Naja, du musst aber auch ein gewisses Wissen haben, um den Nazis ihr Bühnenlicht nehmen zu können, weißt du, wenn du eine Ahnung hast davon. Ja, das war doch jetzt nur eine kleine Flachsrakete. Du machst das doch ganz gut, aber ich habe bis jetzt nicht die Muse gehabt, mir da irgendwie eine Biografie reinzuziehen. Und die Frage, die ich halt in den Raum stellen wollte, hat er das alles, also zum Beispiel der Jude als Feindbild, ja, hat er das etabliert, weil er wusste, dass es funktioniert, oder war er wirklich selbst davon überzeugt, dass der Jude irgendwie der Böse ist? Naja, also man kann es ja auch nicht zu 100 Prozent sagen, da gibt es auch verschiedene Aussagen, aber ich glaube auch, dass er schon einen gewissen Groll gehegt hat gegen Juden. Da gab es auch diese Vorgeschichten, dass er enttäuscht worden ist von Juden oder sich enttäuscht fühlte. Und auch bei Goebbels war es ja ähnlich, dass er von einer Jüdin verlassen worden ist und so. Das kann man alles so ein bisschen auch auf die heutige Zeit vielleicht transportieren, dass so ein Hass auf eine Rasse eine sehr einfache Entschuldigung ist für die eigene Unzufriedenheit oder für Erfahrungen, die man mal mit einem Schwarzen gemacht hat. Naja, aber wir driften ein wenig ab. Eine andere Person wollte ich hier noch hervorheben, die mich ein bisschen überrascht hat, aber gut, bin ich jetzt nicht ganz so drin, aber Cristiano Ronaldo. Der wird hier aufgeführt und klar ist irgendwie logisch, es ist wohl einer der, also wie gesagt, ich gucke nur Fußball, wenn WM ist. Und der ist wohl einer der krassesten Fußballspieler der Welt so, bestimmt Top 5, vielleicht auch Nummer 1, was weiß ich. Wen gibt es denn da noch sonst? Messi und so. Ich habe doch keine Ahnung. Aber der kam ja eigentlich immer relativ bodenständig rüber, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe. Also für mich ist es natürlich logisch, wenn der narzisstisch ist, in dieser Position irgendwie der krasseste Fußballspieler der Welt zu sein. So, aber fand ich ganz interessant. Ich glaube, er wird so bezeichnet auch, weil er sich sehr, sehr gerne auch zeigt in der Öffentlichkeit und halt auch sich oberkörperfrei auszieht auf Instagram und weil er halt sich pflegt und sehr gut aussieht und das auch weiß. Aber wenn es danach geht, Tino, dann ist ja, dann ist ja jede zweite Frau auf Instagram narzisstisch. Vielleicht? Also ich weiß nicht, ob das schon, ist das schon? Ich weiß es nicht. Aber die Grenzen sind da vielleicht wirklich fließend. Wie gesagt, habe ich hier so einen Test gemacht und bei dem Test kam dann, also unter dem Test steht, in Vergleichsstudien mit diesem Test zirkuliert der durchschnittlich erreichte Wert um die 60 Punkte. Befindet sich ihre eigene Punktzahl in diesem Bereich oder gar darunter, ist ihr Narzissmus allenfalls durchschnittlich ausgeprägt. Also alles im grünen Bereich. Liegt ihre Punktezahl jedoch über einem Wert von 82, spricht vieles dafür, dass sie vielleicht ein heimlicher Narzisst sind. Ab einem Wert von 97 Punkten von, ich glaube, insgesamt, warte, lass mich kurz rechnen, Mathe-Robin, 115 Punkte kann man erreichen. Ab einem Wert von 97 Punkten stellt sich die Frage, ob man noch heimlich, ob man heimlicher Narzisst ist, nicht. So, und ich hatte, ich glaube, jetzt weiß ich es gerade gar nicht mehr, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, 73 hatte ich, glaube ich. Das heißt, ich war deutlich über dem durchschnittlich erreichten Wert, aber noch unter dem 82er Wert, wo man von heimlichen Narzissen redet. Und, ja, das heißt, so ein bisschen bin ich da schon dabei, aber, naja. Was für ein Test war das? Karrierebibel ist, wie gesagt, habe ich von vornherein erwähnt, dass das jetzt hier vielleicht nicht die beste Quelle ist. Aber ich fand es ganz interessant. Ich habe halt Narzissmus gegoogelt und, ähm, hieß es, diese eine Frage entlarvt jeden Narzissen oder so? Karrierebibel, ja, das klingt alles ein bisschen dumm, aber ich fand es ganz interessant. Hier steht nämlich, äh, generell passen bei Narzissen, äh, passen bei Narzissen ihr Selbstbild und die Gefühlswelt nicht zusammen. So zeichnen sich Narzissen in der Regel durch fünf zentrale Charakteristika aus und da bin ich hellgehörig geworden, denn das passt irgendwie alles so ein bisschen auf mich. Ein übersteigertes Selbstbewusstsein, welches jedoch immer wieder durch Aufmerksamkeit bestätigt wird, äh, bestätigt werden muss, das ist ein Punkt, bei dem ich es nicht ganz sagen kann. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, oh, heute Abend muss ich mal wieder streamen, damit ich mal wieder Aufmerksamkeit kriege, aber ich mache es ja auch regelmäßig. Das heißt, wenn ich es nicht machen würde, vielleicht würde das dann triggern, weißt du, dass ich dann sage, oh, scheiße, jetzt stand ich länger nicht irgendwie im Rampenlicht, jetzt brauche ich das mal wieder. Deswegen kann ich das nicht genau sagen. Äh, ein weiterer Punkt, ein starkes Streben nach Dominanz, okay, da weiß ich jetzt auch nicht so ganz, aber... Hm, das ist ja auch sehr, sehr flachsig formuliert. Ja, und dann mangelnder Willen, die Gefühle andere in ihre eigenen Entscheidungen zu integrieren. Und da habe ich mich aber sehr wieder gesehen. Also nicht immer, deswegen, ich bin ja jetzt, wie gesagt, hier keine 120 von 120 Narzissmus, aber... Also, ja, alleine, wenn ich halt auch sage, ey, hier, ne, wenn ich deine Schauspielkollegen und ihre genderfluiden Geschichten da ignoriere, weil die meine Sprache verstümmeln, ja, dann sage ich ja in dem Sinne schon, eure Gefühle sind mir egal. So, und dann noch eine gewisse... Ja, also, das kann man ja auf alle anwenden. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mich über Pegida lustig mache, aber da ja auch die Oma Gerda ist, die Angst hat vor Ausländern, dann nehme ich die ja auch nicht so richtig ernst. Dann sage ich ja auch, ja, scheiß auf deine Angst, das ist halt Quatsch. Ja, aber auch trotzdem, so auch in Beziehung und so ist mir das schon öfter aufgefallen, dass ich halt so... Ich habe mir das, glaube ich, auch einfach über die letzten zehn Jahre hart antrainiert, so ein krasses Freiheitsgefühl irgendwie und alles, was das irgendwie einschränkt, das gefällt mir grundsätzlich erstmal nicht. Also, vielleicht hat es nicht zwangsläufig was mit Narzissmus zu tun, sondern auch damit, aber ich habe mich auf jeden Fall wiedererkannt. Und der letzte Punkt, der hier steht, ist eine gewisse Rastlosigkeit und Ungeduld. Ja. Also, würde auf mich jetzt wenig zutreffen. Ja. Also, man sagt mir nach, dass ich so ein bisschen Workaholic wäre, dass ich irgendwie... Habe ich bei vielen verschiedenen Leuten den Ruf, ich würde mich wenig ausruhen und würde ja tausend Sachen machen und wäre überall dabei, aber ich langweile mich trotzdem relativ häufig und habe auch viel Leerlauf in meinem Leben. Deswegen ist dann eine völlig verkehrte Fremd-gegen-Selbsteinschätzung. Ich weiß halt nicht, wer recht hat, weil ich empfinde es halt manchmal gar nicht so, als wäre ich so krass dabei. Ja. Und ich bin halt ja... Also, ich finde mich sehr geduldig. Okay. Gut. Dann, Tino, was ist denn das Gegenteil von Narzissen? Bist du das scheinbar? Nee, auf keinen Fall. Also, ich hätte ja, als ich noch bei Tinder aktiv war und man tauscht sich irgendwann so Instagram vielleicht aus, den Instagram-Account, da kam auch mal von einer Person so als Antwort zurück, schade, wie war denn der Ausdruck? Schade, dass du so ein Selbstdarsteller bist. Und da habe ich gesagt, wie meinst du das jetzt? Da hat die Person gesagt, naja, ich war auf deinem Instagram jetzt drauf und da hast du ja irgendwie fast nur Bilder von dir und du verkaufst dich irgendwie da auf den Bildern als etwas. Und da muss ich sagen, es hat mich so ein bisschen nicht getroffen, aber ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich es schon gerne habe, mich zu fotografieren, auf Instagram und hochzuladen. Aber ist das nicht auch der eigentliche Gedanke? Also, so Instagram, also man hat ja entweder die Wahl, okay, man fotografiert irgendwie Landschaft oder halt irgendwie Natur, Gebäude, bla oder sich selbst. Aber da bin ich halt so unkreativ, also ich kann halt nicht irgendwie eine Landschaft fotografieren. Ja, ich finde es halt auch langweilig. Ich komme auch zu wenig in die Natur dafür und ich habe viel eher mal irgendwie einen coolen Gag, wo ich halt selber mich fotografieren kann mit irgendeiner Lust, mit einem Kaffeefilter in der Hand, wo ich dann dazuschreiben kann, Hashtag no filter, Hashtag hat nicht funktioniert. Das sind halt Gags, die mir eher einfallen, als irgendwie eine Kuh zu fotografieren. Und ich bilde mir ein, dass das bei mir so eine gewisse Ironie eigentlich ist und ich ja auf Bildern selten wirklich hübsch aussehe, sondern ich gucke ja immer eher lustig auf meinen Fotos. Ja. Weißt du? Und ich versuche ja auch so ein bisschen, ich gehe ja gerne mal mit mit solchen Sachen wie Snapchat und Instagram und so, aber ich ironisiere sehr viel, weil mir eben diese ganzen Narzissten oder die Menschen, die ich als Narzissten wahrnehme, weil die mir auf einen Geist gehen, dass sie ihre tiefen Ausschnitte zeigen und ihre tollen Muskel-Buddies und nur dafür tausend Likes bekommen. Das finde ich halt, das nervt mich halt. Deswegen mache ich halt bewusst Bilder, hässliche Fotos von mir und mache lieber einen lustigen Spruch dazu. Also ich folge ja auch Leuten, um dann irgendwie was von den Leuten zu sehen. Ne? Ich folge doch nicht jetzt, ich folge doch nicht auf Instagram 50 verschiedenen Leuten und dann, um dann 50 verschiedene Leuten bei Landschaftsfotografien zuzuschauen. Oder ihr Essen. Muss dann aber auch andersrum wiederum sagen, wenn ich dich jetzt zum Beispiel nicht kennen würde, wäre halt dein Profil auch völlig uninteressant für mich wahrscheinlich. Ja. Weißt du? Und von daher, also ich sehe da erstmal nichts Verwerfliches dran. Ne, ich auch nicht, aber ich fand diese Einschätzung sehr interessant von der Person, dass sie das ja als, dass sie mein Profil schon als selbstdarstellend wahrgenommen hat, obwohl ich halt ganz andere Maßstäbe kenne aus Instagram und Co. Und auch aus meinem Freundeskreis kenne ich ganz andere Maßstäbe, die ich eher als narzisstisch bezeichnen würde, als mein eigenes. Also ich bin jetzt mal meins überflogen, mein Instagram-Profil und habe auf jeden Fall festgestellt, so klassische Selfies mache ich halt gar nicht. Also wenn da ein Selfie ist, ich habe hier ein einziges, sehe ich gerade mit einem Hut, aber da geht es auch darum, dass ich halt Red Dead Redemption irgendwie so leicht anteasern wollte. Aber darüber hinaus ist, wenn das ein Selfie ist, ist das nie irgendwie der Selfie an sich der Grund, weißt du, wie ich es meine? Sondern da habe ich jetzt, da bin ich halt zum Beispiel Peter Lustig, weißt du, und da bin ich Etienne Gardet, aber sonst mache ich eher irgendwelche sportlichen Sachen oder so. Aber so dieses klassische Selfie finde ich schon ziemlich whack. Aber ist okay, darfst du gerne machen. Vielen Dank. Ich habe auch, ich weiß nicht, ich habe auch weniger die Gelegenheit, dass ich halt Leuten mein Handy in die Hände gebe und dann sage, mach mal bitte ein Foto. Ich bin sowieso immer der Letzte, der irgendwie sagt, wir machen jetzt mal ein Selfie gemeinsam. Das sind zum Glück immer eher diejenigen, die in meinem Freundeskreis sind, wo ich dann weiß, okay, ich muss nicht fragen nach einem Selfie. Die machen selber eins und dann kann ich das dann posten. So, also einen Punkt habe ich hier auf jeden Fall noch bei der Karrierebibel gelesen, der mich richtig angesprochen hat. Also da war spätestens für mich klar, okay, ich muss ein Narzisst sein. Denn folgendes, ja. Auf der anderen Seite sind gerade Narzissten Meister des ersten Eindrucks. Sie verstehen es, eine besonders geistreiche Aura zu erzeugen und uns genau das zu geben, was wir oft bewundern. Attraktivität, Coolness, Charme, Humor, Wortgewandtheit sowie leichtes Starallüren. Mensch, das bin ja alles ich. Also ich muss sagen, ich weiß von dieser Anreihung der Adjektive, war ich so ein bisschen, also ich kurz dachte, ja stimmt, das trifft doch Robin zu, aber irgendwie auch nicht, weil ich erinnere mich an unsere erste Begegnung, da warst du nämlich, das weißt du ja, da warst du ja relativ distanziert. Und das habe ich auch von Kollegen, die du auch von mir kennengelernt hast, auch gehört, gehört, dass sie erst mit dir warm werden mussten. Und ich glaube, du bist eigentlich eher so, dass du so ein bisschen Distanz hältst zu den Leuten und Narzissten zeichnet dir eigentlich aus, dass sie sofort jeden überzeugen wollen von sich selbst und das tust du ja nicht. Du hast da so eine gewisse Lässigkeit auch, dass du auch sagst, du musst nicht von jedem gemocht werden, weißt du? Ja, ich glaube, das ist ja auch der Punkt, dass ich einfach in meiner Arbeit die ganze Zeit immer auf Leute zugehe und dann genieße ich es natürlich auch mal irgendwie nicht die ganze Zeit, weißt du? Aber keine Ahnung, wenn ich wiederum irgendwie normalen Alltagssituationen, irgendwie jetzt mit der Bäckersfrau oder so, weißt du, da gehe ich auf jeden Fall auch irgendwie öfter offener dran als normale Menschen. Es gibt Bäcker, Reifachverkäufer drin und es gibt normale Menschen. Nee, ich meine, es macht mir, ja, nee, ich meine, dass ich auf solches bediensteten Personal, ich mache mir da einfach mehr meinen Spaß draus aus der Interaktion, glaube ich. Aber ja, also wie gesagt, es ist auch für mich auch mal ganz angenehm, nicht im Mittelpunkt zu stehen. Deswegen, ich bin auf jeden Fall nicht Bilderbuch oder Zist. Ja, genau das kenne ich nämlich auch. Also wir sind ja beides Menschen, die auch, die ja so ein bisschen davon leben, Aufmerksamkeit zu bekommen in ihrem beruflichen Sinn, in dem beruflichen Kontext und deswegen, glaube ich, genießen wir es auch mal, einfach nur zuhören zu können, um mal nicht im Mittelpunkt zu stehen im Privatleben. Ich stehe total ungern im Privatleben im Mittelpunkt, tatsächlich. Aber wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich jetzt Theater spiele oder vor der Kamera bin, dann liebe ich die Blicke auf mir zu spüren, so, dass sie mir jetzt zuhören müssen und mich angucken müssen. Ihr müsst mir jetzt zuhören. Es ist so, es genieße ich voll. Aber wenn ich irgendwie dann auch von der Bühne runtergehe, wir haben da Premieren feiern oder was weiß ich, dann versuche ich, die Menschen mir vom Leib zu halten, so, die ich nicht kenne. Dass ich dann die Komplimente annehme, so, dass es ihnen gefallen hat, aber dann sage ich halt ganz professionell, ja, danke, cool, vielen Dank, freut mich und gehe halt weiter. Dann will ich am liebsten nach Hause ins Bett. Dann ist die Dosis so erreicht quasi. Wenn du auf der Bühne warst, hast Applaus bekommen, dann habe ich genug Dosis und kann nach Hause gehen. Ja, wir sind halt einfach perfekte Menschen, würde ich sagen. Wir haben von allen schlechten Eigenschaften nur das Gute. Also, um das mal abzuwägen, ich habe auch schon das Gegenteilige gehört, dass ich, dass viele Menschen von mir enttäuscht waren, die mich vorher nur von der Bühne oder von Filmen kannten oder anderen Projekten und mich dann persönlich gesprochen haben, wenn die mich jetzt auf Premierenfeiern getroffen haben oder Veranstaltungen, dass ich dann irgendwie nicht so nett gewesen wäre, wie sie es erwartet hätten und wie sie mich sonst so erleben. Ich hätte wohl auch manchmal eben diese, diese starmäßigen Distanzallüren, dass ich halt irgendwie zeigen würde, dass ich jetzt gerade keinen Bock habe zu reden. Und das ist mir ja gar nicht bewusst gewesen. Ich dachte, ich komme voll sympathisch rüber, aber offenbar doch nicht immer, wie ich das Aber das ist, finde ich, ein bisschen schwierig, weil die Person interpretiert das ja vielleicht da rein, weil sie dich jetzt aus diesem Kontext der Bühne kennt. Wenn das jetzt ein ganz normales Gespräch wäre, ohne dass diese Vorgeschichte von, ah, der stand ja vorhin auf der Bühne, ohne dass das wäre, würde man das dann vielleicht anders wahrnehmen? Weil ich glaube nicht, also ich gebe ja auch jetzt nicht so viel drauf, dass ich jetzt immer super höflich da bin und perfekt rüberkomme oder so, aber würde nicht sagen, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass ich, dass man mich aus dem Internet kennt, weißt du? Ja. So, und deswegen, ich glaube, dass die Person halt da vielleicht auch so ein bisschen Erwartungen auch reinpumpt, so, okay, wenn der jetzt gerade nicht mit mir sprechen will, das muss ja daran liegen. Oder vielleicht bin ich auch einfach uninteressant. Sind sie auch manchmal die Menschen, kann ich ja nicht ändern. Ja, und ich habe halt auch manchmal einfach keinen Bock mit irgendeinem Spacko zu reden. Naja. Ja, wie gesagt, das ist auch manchmal einfach so ein Ding, dass halt die Batterien leer sind, gerade nach so einem, wenn du schon dein Werk getätigt hast, so, da willst du auch einfach nur dann nach Hause, letztendlich, das ist auch manchmal davon abhängig. Man ist ja auch ein Mensch, letztendlich, und ist ja auch nicht perfekt und dann sind eben auch mal die Batterien leer. Ja. Was ich noch gefunden habe zum Thema Narzissmus, ist, was auf uns beide gar nicht zutrifft, ähm, Statussymbole zu haben und sie zu zeigen. Okay, ja gut. Ich glaube, da sind wir beide, beides ein bisschen fern von. Ja, definitiv. Obwohl, also, plus minus, ich sage mal so, für mich sind, äh, die, sind Erfahrungen die Statussymbole des 21. Jahrhunderts und da sind wir vielleicht auch beide eher drin, weißt du? Hm. Also nicht unbedingt, dass wir damit hausieren gehen, aber schon, dass wir für uns auch schon gewisse Erfahrungen sammeln gut finden, oder nicht? Ja, manchmal ertappe ich mich auch dabei. Ich hatte ja erst gestern ein Gespräch mit einem Kumpel, äh, den ich erst ganz neu kennengelernt habe und, ähm, er hat dann vom Tatort gesprochen, dass er halt, ähm, in der Nähe eines Drehorts gewohnt hat und ich kann es da nicht sein lassen, zu erwähnen, dass ich da mitgespielt habe. Okay. Weißt du? Das ist irgendwie, ich weiß in dem Moment eigentlich, es wäre jetzt voll angebracht, es einfach zu umschiffen und ich sollte eigentlich jetzt viel cooler sein und, äh, es nicht erwähnen, aber irgendwie dachte ich, denke ich jedes Mal in dem Gespräch, ich würde gerne wissen, wie er jetzt reagiert, wenn er weiß, dass ich da mitgespielt habe. Das ist auch, auch glaube ich, eine Form von Narzissmus. Ja, das, ja, aber das finde ich, das finde ich auch okay, aber ich finde es vor allem nur okay, weil, weil ich es halt auch so ein bisschen, das, ich habe das auch schon hin und wieder mal gemerkt, wenn Leute mir, also dieses One-Uppen mache ich manchmal ganz unterbewusst, also dass ich, dass ich gar nicht irgendwie denke, okay, du erzählst mir jetzt die Geschichte, ich muss da einen draufsetzen, aber es ist, also das, das habe ich nicht bewusst drin, aber trotzdem habe ich das halt, dass Leute irgendwie die Geschichte erzählen, aber es ist ja auch normal, dass du da irgendwie deine Erfahrung da auch mit reingibst, aber wie gesagt, statt irgendwie zu sagen, ah, interessant, erzähl mal mehr dazu, sage ich dann, ja gut, aber, nee, na gut, ja, so sage ich es nicht, ja gut, aber, sondern, ja, stimmt, ich habe auch mal XY oder bei mir war, was weiß ich, weißt du, also dieses One-Uppen. Es wäre ja auch lehm, eine Geschichte zu erzählen, die, die weniger spannend ist. Ja, 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 es, das, ja, es stimmt schon auch, ja, aber wie gesagt, es ist mir auch schon aufgefallen, ich weiß nicht, ob das das Allergeilste ist, dann irgendwie steht, jedes Mal mit einer eigene Geschichte zu kontern, sage ich ganz vorsichtig. Es ist, glaube ich, tatsächlich, kommt es sympathischer rüber, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt. Das schaffe ich manchmal, mich zurückzunehmen und anderen ihre Aufmerksamkeit zu gönnen und so, und dass sie jetzt gerade so der, der Coolste im Raum sind, aber manchmal erwische ich mich eben auch, dass ich das dann doch gern toppen will, so, ich weiß nicht, das hat, das finde ich ganz schwierig, ich bereue es jedes Mal dann im Nachhinein oder abends dann im Bett, hätte ich mich mal lieber zurückgenommen. Aber ich schaffe es nicht immer. Naja, was ich hier noch vorlesen wollte, der, trotzdem, der übersteigernde Wunsch nach Bewunderung, ihr gestörtes Selbstwertgefühl braucht dauerhaft Streichel-Einheiten. Da ist halt für mich so der Punkt, oder auch für dich, du warst ja jetzt länger nicht auf Bühnen, oder? Durch deine richtige Arbeit, oder? Ja, stimmt, also ich hätte jetzt was gehabt, jetzt vor ein paar Tagen erst, aber ist halt jetzt gerade weggefallen, das stimmt, ich konnte mich gerade wenig profilieren. Auch dieses schlechte Framing von mir, dass ich richtige Arbeit gesagt habe, aber ich weiß ja nicht, ob du da jetzt irgendwie was merkst, dass dir das schon hart fehlt und auch wirklich aus Grund von, ja, also gestörtes Selbstwertgefühl ist natürlich ein bisschen krass formuliert hier, aber dass du halt irgendwie diese Aufmerksamkeit gerade vermisst. Es ist gerade eher so, dass es mir fehlt, wenn ich jetzt mit meiner Freundin so mich unterhalte so und wir reden gerade vom Theater und dann merke ich schon manchmal, ich würde jetzt vorher gerne wieder proben oder vorher gerne wieder auf der Bühne stehen oder einen Text lernen, so damit ich wieder spielen kann und mich darauf freuen. Es fehlt mir, aber ich fühle gerade nicht so dieses, ich muss jetzt unbedingt Applaus kriegen und unbedingt auf der Bühne stehen. Es ist mehr so, dass es mir gerade fehlt. Okay. Und ich gehe aber auch gleichzeitig mit so einem gewissen Optimismus ran, weil ich habe jetzt wieder zwei Drehbücher hier liegen auf dem Schreibtisch, die geplant sind für den Herbst und ich sage mir eben, okay, ich sehe es mal als Pause aktuell und ich glaube, wenn ich das nicht hätte, wüsste ich jetzt zum Beispiel, ich dürfte nie wieder spielen. Also wenn ich jetzt meine Zunge verlieren würde oder ich würde erblinden gleichzeitig und wäre nicht mehr fähig, warum auch immer, irgendwo vor der Kamera zu stehen und zu spielen, dann würde ich glaube ich, würde es mir schwerer fallen. Aber aktuell ist es dieses, es kommt wieder und darauf freue ich mich sehr. Okay. Ja, gut, für mich habe ich jetzt, wie gesagt, nicht so die Referenzmenge, ob es mir jetzt so krass fehlen würde. Das Einzige, ich war nämlich übrigens mal in Japan, als ich da die zwei Wochen komplett alleine unterwegs war und auch fast keinen Kontakt mit Freunden und so hatte, das hat mir jetzt auch nicht so schlecht getan. Es war halt wirklich so fast so dieses Gefühl von, ja, ich gehe mal in ein Kloster in Tibet und das ist dann ganz schön, so, weißt du, dieses ganz alleine. Da hatte ich jetzt auch nicht die große Möglichkeit, mich da zu profilieren und das hat mir jetzt auch nicht geschadet. Also ich glaube, ich bin noch auf der safen Seite, obwohl ich natürlich den geilsten Content von allen mache, ich bin überhaupt der Beste bin und die besten Texte schreibe und alles, aber es ist noch gesund. Es ist eine gesunde Selbstüberschätzung, eine selbstrichtige Einschätzung. Es sind manchmal auch zwei Faktoren, wie wenn du jetzt in Japan warst, zwei Wochen, dann weißt du ja, du siehst und hörst deine Freunde ja wieder nach ein paar Wochen. Und manchmal sind es dann nur so die kleinen Träger Momente. Wie jetzt vor ein paar Tagen habe ich mit einer Regisseurin telefoniert vom Theater hier in Weimar und da habe ich dann auch zum ersten Mal richtig gespürt, fuck, jetzt fehlt es mir gerade. Obwohl ich die letzten Tage nicht darüber nachgedacht habe, aber dieses Gespräch, ihre Stimme zu hören, weil ich mit ihr gearbeitet habe und wir haben über ein Stück gesprochen, was wir aufführen wollen, da habe ich gemerkt, okay, jetzt fühle ich mich gerade voll getriggert. Jetzt würde ich am liebsten mich anziehen, zum Theater laufen und mit ihr proben. Aber geht gerade nicht. Das sind diese Triggermomente. Wenn man sich so ein bisschen ablenkt davon, dann ist es, glaube ich, erträglicher vielleicht. So, dann würde ich sagen, ich lese noch die sieben Anzeichen, dass sie kein Narzisst sind, vor. Und dann sollten wir vielleicht mal kurz auf Herrn Trump eingehen, der für mich halt wirklich in der modernen Zeit das Musterbeispiel des Narzissten ist. Sieben Zeichen, dass sie kein Narzisst sind. Sie freuen sich für andere. Sie nehmen Hilfe an. Sie hören wirklich zu. Sie haben viele Freunde. Sie können Fehler eingestehen. Sie geben Verantwortung ab. Und sie müssen sich nicht verstellen. Siehst du dich da? Das ist eine echt sehr tiefe und auch zum Teil philosophische Frage, weil ich halt immer nicht so richtig weiß, wo denn die Grenzen sind. Weil ich weiß eben einfach aus Grund meiner Profession so ein bisschen auch, wie man selber auf Menschen wirken kann. Und was es denn für, in Anführungsstrichen, Tricks gibt, sympathischer zu sein. Was ich jetzt nicht mache, um zu manipulieren, ich tue das einfach, weil ich auch selber so eine gewisse soziale Unsicherheit habe. Und man weiß ja eigentlich, dass wenn du Menschen Komplimente gibst, ja, wenn du ihren Namen sagst, dann fühlen sie sich eher geschmeichelt und bauen eher eine Bindung zu dir auf. Jetzt weiß ich aber nicht, mache ich das, um zu gefallen, einfach damit sie mich mögen? Oder tue ich das einfach nur, um denen ein gutes Gefühl zu geben? Oder ist es dann doch eine Mischung aus beiden? Das weiß ich halt nicht. Tino, der Uneigennützige, der manipuliert die Leute nur, damit sie sich gut fühlen. Das weiß ich eben nicht. Natürlich schwingt so ein bisschen mit, dass man ja selber auch gemocht werden will und dass man ja auch andere überzeugen will von seinen Ansichten. Aber ich weiß eben nicht, wo diese Grenzen sind. Wo wird es denn manipulativ und bösartig? Und wo ist es einfach nur eine beabsichtigte, ein beabsichtigtes Good Vibes rübergeben, weißt du? Das weiß ich halt nicht. Naja, ich würde sagen, bösartig, wenn man das so sagen kann, wird es halt, oh, es kann sein, dass ich gerade ein Paket kriege. Vielleicht müssen wir kurz pausieren, Tino. Da kannst du ja ganz erholen. Macht nix. Ohne du führst einen Monolog. Oh, weia, ich musste immer kämpfen. Das erste, um das ich kämpfen musste, war die Liebe meiner Mutter. Das sah ich sofort, als ich ihre Augen sah. Ich sah, dieser Mensch liebt dich nicht, weil er so traurig ist, weil er es nicht kann. So war es. Ich wurde geschlagen und in der Schule schlug ich andere, kleinere und schwächere. Dann wurde ich erwachsen und ich musste in den Krieg ziehen. Dort tötete ich andere Menschen. Diese Erfahrung hat mich stumpf gemacht. Na? Tada, ich bin wieder da. Ich habe einen ganz kurzen Monolog geführt. Kannst du drin lassen, rausschneiden, ist mir egal. Okay. Gut. Hast du endlich eingestanden, dass du der schlimmste Narziss der Welt bist? Ganz, ganz schlimm. Ich habe es gerade nicht ausgehalten, eine Pause zu machen. Ich dachte, ich nutze mir jetzt einfach mal die 10 Sekunden für mein eigenes Rampenlicht. Schön. Aber apropos, ich wollte gerade noch ganz kurz verweisen auf den kommenden Brennpunkt Hörerwunsch. Ja. Denn da ist was Einmaliges passiert und das passt so ein bisschen jetzt zum Thema alleine im Rampenlicht stehen. Aber mehr verrate ich noch nicht. Okay. Ich habe bis jetzt das Ende gehört, die letzten 2 Minuten und die ersten 10. Ja. Da ist es glaube ich noch nicht drauf passiert. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ja, wegen alleine. Meinst du die Grundprämisse? Ah, die Grundprämisse. Wegen alleine sein. Ach so, okay. Mein Rampenlicht sozusagen. Ja, okay. Schön. Weißt du, wer das Rampenlicht besonders genießt? Donald Trump. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, klar. Und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht das Cleverste ist, einen narzisstischen TV-Show-Star in wichtige Ämter reinzuwählen. Es gab zwar auch schon Richard Nixon, dem auch großer Narzissmus nachgesagt wird. Es war jetzt auch nicht der beste Präsident, den die Vereinigten Staaten je hatten. Aber ein Donald Trump, du, der ist schon nicht der Beste. Nicht ganz. Da sehe ich schon immer wieder, okay, das ist nicht so geil, so ein richtig, so ein, ja, ich weiß nicht, der ist halt, als, also, als Präsident sollte man ja in irgendeiner Weise selbstlos sein, ne? Weil der Gedanke ist ja, dass du das Beste tust für das Volk. Aber wenn du ein krankhafter Narzisst bist, kannst du gar nicht das Beste tun für andere. Das geht überhaupt nicht. Ich habe eher so ein bisschen das Gefühl bei ihm auch, dass er, ähnlich wie Berlusconi, eher diesen Posten hat, um sich zu profilieren und macht den ganzen Rest so nebenbei. Er will eben nebenbei so ein bisschen Präsident sein, aber es geht ihm vielmehr darum, irgendwie ganz vorne immer zu stehen und als der wichtigste Mensch der Welt wahrgenommen zu werden, was er ja gerade irgendwie ist. Er genießt die Macht an sich auf jeden Fall, würde ich sagen, aber es gab ja auch diesen Moment, wo klar wurde, dass er Präsident ist, da gibt es ja auch so Fotos und Videos, wie er überhaupt nicht glücklich ist und ich glaube so, diese Verantwortung und die Kritik, die da mit einhergeht, da hat er halt keinen Bock drauf als Narzisst. Und ich frage mich auch, wir zwei als Menschen, die jetzt dem rechten Spektrum nicht zugehörig sind, wie ging es denn damals den Republikanern und den eher rechtsgesinnten Leuten, als Obama an der Macht war? Haben die denn genauso gedacht wie wir jetzt und dachten, dass der nur schlecht ist, nur dumm ist und sich selbst profiliert? Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich glaube manchmal, dass ich meine Meinung so ein bisschen auch aus einer gewissen Objektivität rausziehe und ich vielleicht gar nicht mal alles selber so gut finde, aber ich meine Meinung darauf berufe, was für die Gesamtheit am besten ist und wo die wenigsten Leuten Schaden davon tragen, weißt du? Ja, also ich glaube, Obama kann schon sehr gut durch Charisma ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass er jetzt auch nicht der lupenreinste Präsident war. Also der hat jetzt auch nicht, der hat ja einen Friedensnobelpreis bekommen und den hat er auch meiner Meinung nach nicht wirklich verdient so. Aber natürlich im Vergleich zu Donald Trump ist da, da sind Welten dazwischen. Ich finde es auch ein bisschen kritisch, wenn der, also wenn der einzige große Punkt, den die Leute anführen, dass das von Donald Trump so das Schlimmste ist, dass er halt so, so spricht, wie ihm das Maul gewachsen ist. Weißt du, was ich meine? So, dass da kein Filter ist, dass er einfach sagt und auch einfach unhöflich ist und so. Das finde ich tatsächlich ist eigentlich sein bester Aspekt. Also wenn ich das, wenn ich das vergleiche, ich finde Gregor Gysi zum Beispiel spricht auch gerne mal in diese Richtung. Natürlich nicht so krass wie Trump und so und ist nicht, ist viel, viel eloquenter dabei. Aber ist auch so ein bisschen so, dass du sagst, okay, da ist halt nicht diese, diese hochprofessionelle Politikerfassade, die um jeden Preis irgendwie aufrechterhalten werden muss. Und das finde ich eigentlich gut. Eigentlich finde ich, sollte es viel mehr solche Politiker geben. Das Problem bei Trump ist halt einfach, dass er keine Ahnung hat und dass er dumme Entscheidungen trifft und ein Narzisst ist und all das. Aber ich glaube nicht, dass das große Problem ist, dass er halt Leute auf Twitter trollt. Das fände ich eigentlich ganz gut, wenn das mehr Politiker machen würde. Ja, du brauchst halt, um auch Präsident zu werden, brauchst du ja auch so einen gewissen Ausgleich an Profilierungstrang, also so ein bisschen Narzissmus, aber eben auch Sachverstand und Erfahrung. Und Trump, sein Narzissmus ist offenbar so riesig, dass er das Erfahrung und Sachverstand überhaupt nicht mitgezählt haben. Er konnte sich alleine, natürlich mit Geld, aber auch mit seinem riesigen Narzissmus, seinem riesigen Ego in dieses Amt pushen. Das ist ein Extrem, was es so in der Form noch nicht gegeben hat, glaube ich, in der Politik. Also ich kenne kein Beispiel, was in der Form so steht wie Trump. Also klar gab es immer schon Diktatoren, Präsidenten, Kanzler, keine Ahnung, die ein bisschen narzisstischer waren als der Rest und weniger klug waren als der Rest, aber diese Extreme, das ist mir nicht bekannt. Ja. Woanders. Ich will jetzt den Brennpunkt auch nicht zu sehr vorwegnehmen, also den regulären Brennpunkt, aber die neueste Meldung, mit der ich heute Morgen aufgestanden bin, ist, dass es gab so ein Briefing im Weißen Haus und eine, ich glaube eine Krankenschwester oder so, sagt, dass es zu wenig, also das Wort ist sporadisch, ja, dass es nur sporadisch so Hilfsmittel gibt hier so, wie heißen die, PPEs, also alles, was da drunter fällt, was sie halt brauchen, was ist das deutsche Wort dafür? Von welchem Wort? PPE. PPE wird es abgekürzt, halt so, hier Personal Protective Equipment, also persönliche Schutzausrüstung, alles, was da halt drunter fällt, so. Ähm, da gibt es halt nur sporadisch, sagt sie, und sie sagt das halt, wer, also Trump sitzt da an seinem, ist glaube ich im Oval Office, sitzt an seinem Schreibtisch rund rum, so zwölf solche, solche Krankenschwestern und Ärzte oder was auch immer, und sie sagt halt, ja, äh, das Problem ist, dass es nur sporadisch so Unterstützung, äh, so Schutzausrüstung gibt, und dann, also, weil, weil ja auch vorhin, ich hab's vorgelesen, so ein großer Punkt ist, einfach mangelnde Empathie, dass Trump es für wichtig hält, in dem Moment rein zu krätschen, für dich gibt es nur sporadisch, du kannst nicht für alle sprechen, so, während sie quasi sagt, ja, wir, wir sterben hier draußen gerade, weil wir zu wenig Ausrüstung haben, und Trump wedelt aber mit dem Finger und sagt, ja, du vielleicht, aber das ist nicht für alle so. So, so, das ist halt der, der neueste Clip, den ich da gesehen habe, und das ist halt so. Das passt ja, ja, das passt ja auch zu dieser, dieser Geschichte, dass er diese Rettungspakete beschlossen hat, dass ja die Menschen irgendwie tausend Dollar bekommen, aber das wurde irgendwie verschoben, weil er unbedingt seine Signatur drauf geben wollte auf die Geldscheine. Ja. Das ist ja eigentlich genau das Akquivalent dazu. Also, da muss man dazu sagen, das ist halt politisch irgendwie schon auch clever, ich weiß jetzt nicht, ob es zwangsläufig wegen, wegen Narzissmus ist, sondern weil er sich halt denkt, okay, wenn mein Name da draufsteht, hilft das meiner Wiederwahl, weil die Leute denken, okay, ich, ach, Donald Trump gibt mir gerade gratis Geld, dabei hat er ja nicht mal wirklich dieses Gesetz beschlossen, sondern, äh, Ja, na, aber, aber statt einfach mal schnell die, 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 die Gelder fließen zu lassen, ist ihm wichtiger gewesen, dass seine Signatur drauf ist, da überwiegt schon so ein bisschen der Narzissmus, also ein bisschen auch der Egoismus. Als, 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 wenn es ihm um die Sache gehen würde, würde er sagen, ist auch egal, wo das Geld herkommt, äh, ich veranlasse das jetzt einfach, weil es gut für die Menschen ist, aber jetzt war es ja am Ende auch gut für ihn und das ist halt, war unnötig. Das trieft halt aus jeder Pore, dass es ihm nicht darum geht, irgendwie die Leute zu retten, ja, dass es irgendwie darum geht, zu verhindern, dass noch mehr Amerikaner sterben, nein, es geht einfach nur um PR, es geht um, wie werde ich wiedergewählt, wie kann ich das ja am besten jetzt zu leugnen, was da gerade passiert? Wie kann ich, wie kann ich die Schuld auf andere schieben? Hauptsache ich bin's nicht und so. Und ich glaube nicht, weil das ist... Es wird ja auch gefüttert, es wird ja auch gefüttert von seinen Anhängern, die ihm ja blind hinterherlaufen und ich habe gestern zufällig ein, ein Bild gesehen oder ein Video gesehen, was echt im Fernsehen gelaufen ist. Der Sender Fox hat wohl im, im März, das kann ich dir ja mal schicken, habe ich abfotografiert, eine Umfrage im Fernsehen gemacht, wie gut ist Trump als Präsident? Achso, ich weiß, was du meinst. Die Antwortmöglichkeiten waren super, klasse und großartig und ich dachte, das ist ja noch dummer als jedes RTL Aktuell oder diese Quizze, die sie immer haben. Das ist auch wieder so ein Moment, wo die Realität satirischer ist als die Satire, ne? Und da verstehe ich es halt, dass dann so Parteien wie die Partei jetzt sagt, jetzt erst recht, wenn die, wenn die Politik zur Satire wird, muss die Satire zur Politik werden, ganz einfach, als Gegenreaktion. Verstehe ich schon. Es gibt auch noch andere Parteien wie SPD und CDU und die Linke. Ich darf keine Parteienwerbung machen. Doch, darfst du, wir sind ja gerade nicht mehr beim Radio. Ah, stimmt, die Partei ist sehr gut. Aber dazu, dazu mehr, dazu mehr im nächsten Brennpunkt, würde ich sagen. Oh, weil ja. Ich sehe hier gerade, wie bin ich hier drauf gekommen, ach so, weil ich nach, äh, weil ich nochmal nach Corona-Zahlen geguckt habe, wegen aktuellen Zahlen für Amerika, aber ich sehe gerade, unterhalb von Gera ist innerhalb von Thüringen gerade ein Hotspot in den letzten sieben Tagen. Also jetzt wird es jetzt... Ein was für ein Hotspot? Ein Corona-Hotspot. Ach so. Ich dachte, ein Narzissmus-Hotspot. 500 Fälle in den letzten sieben Tagen, wenn ich das hier richtig interpretiere. Ja, nee, wir sind bei Narzissmus, ist ja richtig. Wollte gerade sagen, um das abzuschließen, ich dachte, Gera ist besonders streng, da musst du sogar mit Mundschutz durch die Parks laufen und so. Der ist unterhalb von Gera, so wie ich das sehe. Okay. Greiz. Na ja, gut, spannend. Das können wir gerne im Brennpunkt, äh, aufgreifen. Interessant. Der größte Hotspot in Deutschland gerade. Das aber nur als Fußnote, denn es geht ja um Narzissmus. Ja, also, ich sage, bis zu meinem Level ist Narzissmus sehr, sehr gut. Ja. Alles darüber sollte nicht... Das ist gut, dass du das sagst. Alles darüber sollte nicht ins Amt gewählt werden. Und tatsächlich ist ja auch Narzissmus eine richtige Krankheit. Ich habe mein Praxissemester ja in einer Psychiatrie gemacht, in einer psychologischen Einrichtung. Und da hatten wir auch, also in dem halben Jahr, wo ich da war, hatten wir zwei Patienten, zwei Männer, die mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung quasi eingesessen haben. Und das hat mich voll überrascht, weil ich kannte den Begriff ja auch schon vorher so. Aber dass du deswegen in eine Psychiatrie eingewiesen werden kannst, das war mir ja völlig neu. Natürlich nicht nur deswegen, du hast meistens noch eine Komorbidität, also eine Nebenerscheinung. Aber das kann ja richtig auch dein Leben beeinträchtigen, auch im negativen Sinne. Und so war es bei den beiden Männern auch. Hier steht halt auch, als Psychologen um Stefan und Kröpke von der Charité Berlin 34 Probanden untersuchten, von denen die Hälfte unter eines diagnostizierten narzisstischen, einer Persönlichkeitsstörung litt, stellten sie mit Hilfe eines MRT fest. Die Großhirnrinde war bei den Narzissen deutlich dünner. Dabei handelt es sich um die äußere Nervenzellschicht des Gehirns, in der die Inselrinde sitzt, die für unser Mitgefühl verantwortlich ist. Das heißt, dass es halt wirklich auch physische Auswirkungen quasi hat. Oder nicht Auswirkungen, vielleicht Begründungen, sag ich mal. Das heißt, der arme Trump, der kann gar nicht raus aus seiner Haut. Das ist ja eh klar. Also selbst deine ganze Psyche ist ja irgendwie auch nur ein Chemiekonstrukt. Du bist ja auch nur so gepolt und so gepolt, weil die Chemie in deinem Kopf so gemischt ist. Das ist ja alles ein riesiger Zufall und da kann ja im Endeffekt gar keiner was für irgendwas, wenn du da so ins Detail gehst. Wenn wir es genau nehmen, müssen wir eigentlich sagen, der arme Donald Trump. Richtig, aber dann darf man so einen auch nicht ins Amt hieven. Auch wenn es diesen Ursprung hat, dass seine Großhirnrinde zu dünn ist, dann muss man eben sagen, wir können Trump nicht wählen, seine Großhirnrinde ist zu dünn. Wobei ich zumindest glaube, dass es bei Trump nicht irgendwie, also das ist ja wohl nicht durch Geburt gekommen. Der ist einfach nur, also klar, das ist ein schönes Klischee, reich geboren und so, aber also bei Trump, da ist es ja wohl mehr als offensichtlich, dass ihm von Anfang an mit seinem reichen Vater alles in den Arsch geblasen wurde. Er durfte immer, weißt du, ich kenne das auch, dass Kinder, die nicht bei Spielen verlieren, dass sie dann später halt einfach ein Problem haben, sich irgendwas einzugestehen. Und das finde ich halt bitter, weil das ist so eine simple Sache, einfach mal ein Kind, ganz normal mit dem Kind Mensch ärgere dich nicht spielen, zum Beispiel, und wenn es verliert, halt sagen, okay, ist nicht schlimm, neue Runde, statt irgendwie, oh nein, jetzt dreht er durch, weil er verliert, ah nee, dann hast du doch gewonnen. So, das kenne ich halt und ich kenne auch die Auswirkungen davon. Nicht, dass es bei mir so war. Nur bei anderen. Nee, das sind ja zwei Faktoren immer, so eine gewisse Vorprogrammierung von deinem Körper, also deine DNA, deine DNS, also die Veranlagung und auch die Umwelteinflüsse, also Erziehung und Freunde, soziales Umfeld und so weiter. Beides wirkt sich darauf aus, wie du im späteren Leben wirst. Und wenn du halt schon so eine dünne Großhirnrinde hast wie Trump und noch einen reichen Vater hast und dir alles in den Arsch geschoben wird und hast du vielleicht noch kleine Genitalien, weiß ich nicht, soll ja auch angeblich bei solchen Sachen mitspielen, dann ist halt der Fall klar, dann wird es halt noch verstärkt. Und so ist es ja bei Trump auch. Und ich distanziere mich auch nochmal ganz kurz davor, dass kleine Genitalien irgendwas Negatives sind, aber es gibt ja offenbar diese Geschichten von wegen, der hat so kleine Eier, der muss irgendwas kompensieren. Das ist ja so ein Vorurteil. Das ist ein Vorurteil, aber wie viele Vorurteile einfach vielleicht begründet. Ein Fünkchenhoffnung ist überall dran. Ich glaube, dass wenn kleine Genitalien mitspielen bei solchen Geschichten, dann nur, weil diese Person mit dem Fakt, einen kleinen Pimmel zu haben, nicht klarkommt. Wenn du jemand bist, der einen kleinen Pimmel hat, aber trotzdem sagt, scheiß drauf, ich bin trotzdem gut im Bett oder ich kann trotzdem toll sein, dann hast du weniger Probleme, glaube ich. Das ist immer so zweischneidig. Du kannst auch mit einem großen Pimmel, kannst auch ein Narzisst sein. Erst recht sogar vielleicht. Kann ich bestätigen. Ja, wir sind schon wieder eine Stunde drin, Alter. Das ging ja schneller, als ich dachte. Holy shit. Oh krass, hätte ich auch nicht gedacht. Da haben wir gerade nur hier mal über Trump gesprochen. Ich dachte ja echt, dass der Narzissmus-Podcast sehr schwierig wird und dass wir uns Sachen aus den Rippen saugen müssen, aber gar nicht. Ich finde es eigentlich sehr interessant und man kommt von einem ins Nächste. Ja. Ich würde auch gar nicht so viel über Trump reden, weil das machen wir echt im normalen Brennpunkt genug. Es wird Zeit, dass er sich verpisst. Es wird einfach Zeit, dass er sich verpisst. Heute, als ich das alles durchgelesen habe, habe ich mir nur überlegt, wie geil wäre das? Das wird halt leider nicht passieren. Das Schlimmste für Narzissen ist ja, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wie geil wäre das, wenn er aus dem Amt gewählt wird und plötzlich kein Mensch sich mehr für ihn interessiert. Weißt du, wie ihm das... Aber es wird halt nicht passieren. Es wird leider nicht passieren. Vielleicht wird er halt nicht mal aus dem Amt gewählt. Die Chancen stehen... Selbst wenn er rausgewählt wird, dann wird er trotzdem das ganz ausschlachten. Also, der wird trotzdem einen Weg finden, in der Öffentlichkeit relevant zu bleiben. Keine Frage. Ja. Auf jeden Fall. Der wird dann wahrscheinlich Superstar bei Fox News und jeden Tag da zur Primetime. I did it. I did it. Everybody said, I can't make it, but they did it. I'm so amazing. Nee, I'm so tremendous. Ach, Mann. Ja. Also, Narzissen, bis zu einem gewissen Punkt. Also, ich bin so die magische Grenze. Alles danach ist nicht mehr gut. Also, Robin ist quasi das Maß aller Dinge. Ihr müsst euch an ihm messen. Wenn ihr merkt, okay, würde Robin auch so handeln, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und wenn ihr nicht so wie Robin handeln würdet, dann seid ihr auf jeden Fall krankhaft. Solltet euch testen lassen, auf alle Krankheiten, die es gibt, und sofort einweisen lassen. Richtig. Achtung, Satire. Na. Also, ich habe zumindest selten Probleme, was das angeht, ja. Und freue mich an meinen Videos. Ja, noch nicht. Das kann dir immer schwer auf die Füße fallen, dein schlimmer Narzissmus. Dein grenzwertiger Narzissmus. Durchaus, ja. Also, wie gesagt, ich will jetzt ja nicht zu privat werden, aber es gab schon auf jeden Fall Momente, wo, ich will es halt nicht auch zwangsläufig Narzissmus nennen, aber wo das halt schon ein Problem war, dass ich einfach mich da nicht so einschränken lassen will oder so. Was weiß ich? Keine Ahnung. Nein, das kann ja auch einfach nur ein gewisses Selbstbewusstsein sein. Und dass du weißt, was du willst. Und das muss ja nicht mal was Schlechtes sein. Ich finde es halt, wie gesagt, auch in Ordnung, mal Nein zu sagen und auch mal für sich zu stehen und eben nicht immer nur anderen hinterher zu rennen. Man muss ja auch mal, man muss nicht mit jedem immer mitlaufen. Das sind ja auch alles erwachsene Menschen und die vertragen es auch mal, wenn du Nein sagst und dein eigenes Ding machen willst. Ja, ich glaube, das Normale, einfach Nein sagen, das ist jetzt nicht so das größte Problem. Ich weiß es nicht. Ich beobachte das weiter und wir schauen mal, wa? Ich auch, Robin. Ich bin ja, wie du weißt, ein Doktor Ehrenhalber der Paranormalen Psychologie. Ich habe ja so richtig schönes, so eine Urkunde ausgedruckt für 33 Euro bekommen damals von der Miami Life Development Church in den USA, Miami, Florida. Also wenn du Probleme hast, irgendwie, wenn du dich paranormal, narzisstisch fühlst, komm auf mich zu, ich kann dich heilen, ich mache einen Exorzismus, werde dich durchführen und dich mit Weihwasser und anderen Flüssigkeiten abspritzen und dann wirst du bestimmt geheilt werden. Das klingt sehr, sehr gut, Tino. Danke. Das Einzige, was besser klingen würde, ist, wenn Benedikt sagt, er verzeiht uns, dass das so eine lange Zeit jetzt gedauert hat mit dem ganzen Tohuwabohu. Wir erklären es vielleicht noch ein bisschen spezifischer im nächsten Brennpunkt, was da genau los ist. Obwohl wir vielleicht, ich weiß es gar nicht, was wir da sagen dürfen und was nicht. Das ist schon wieder mein narzisstisches Ego ist dadurch echt angeknackst, Mann. Ich will am liebsten alles sagen. Ja, ich weiß. Ich würde sagen, wir warten und dann abrennen. Ja, also was heißt sagen dürfen? Also es ist ja jetzt nicht, ich gehe nicht ins Detail, auf jeden Fall, es wird sich alles, es wird alles in die Öffentlichkeit kommen. Alles. Einfach alles. Früher oder später. Wenn es auch in 80 Jahren ist, wenn alle schon tot sind. Früher oder später kommt alles raus. Versprochen. Ja. Das war eine sehr, sehr schöne Folge, Tino. Das einzige Problem war, diese Folge wird sich wahrscheinlich unser lieber Freund Herr Ritter nicht anhören. Stimmt. Weil es nicht im Reifen läuft. Ja. Wir schauen mal. Oder auch doch. Mal gucken. Alles kann passieren. Okay, Tino. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei Benedikt für das Kaufen dieser Folge. Dankeschön. Und wir drücken mal die Daumen, dass es in der Politik in der Zukunft etwas weniger Narzissen gibt. Und wenn auch ihr einen Wunsch habt, ein Wunschthema, wir sprechen über alles für euch. Über jedes Thema, 20 Euro, eine Stunde und ein bisschen länger meistens auch, reden wir über ein Thema eurer Wahl. Und das wird immer ganz tolli und ihr finanziert damit quasi unseren Podcast, dass wir auf Spotify laufen können und Soundcloud. Das ist nur eine gute Sache. Ja. Schön. Danke Benedikt noch einmal und verzeihe mir bitte. Verzeihe uns. Aber wir sind halt so narzisstisch, wir sind mit anderen Sachen beschäftigt. Tut mir leid. Nee, tut mir leid, darf ich gar nicht sagen. Narzissen, so Ur-Narzissen, hat sich Trump jemals entschuldigt? Natürlich nicht. Ein Neonarzisst. Kenne ich Benedikt eigentlich? Ist der persönlich manchmal da in Weimar? Nicht, dass ich wüsste. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Okay. Hätte ja sein können, dass er mal auf dem Geburtstag war oder so. Nee, nee, ich glaube, er kommt sogar aus der Schweiz, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Naja, dann ist es ja nicht so schlimm. Dann waren diese 20 Euro Brennpunkt-Hörerwunsch war doch für ihn ein Zuckerschlecken. in Zuckerschlecken. In Zuckerschlecken. In Zuckerschlecken. In Zuckerschlecken. Gut. Benedikt, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Die Musik, oh, ist das laut. Oh. Neh mal ein bisschen ab hier. Die Nachbarn ist fertig. Tschüss. Ciao, ciao. Musik